Zeit, um real zu werden! Ja, das war jetzt nicht unbedingt hilfreich, aber dankeschön. Hier kommt irgendwas? Über mir? Hier sind Leute gestorben. Ach du Scheiße, ist so ein Wolf wieder. Ah ne, ist so ein kleiner Wolf. Gibt's hier sonst noch was? Ja, noch Typen. Woah, what the fuck! Chris Kyle ist zurück. Na komm runter. Okay, sobald man den ersten Angriff von diesen Wolfen überstanden hat, sind die eigentlich ganz einfach. Komm, nächster. Komm, hol dir deine Schelle ab, Kollege. Zack, zack. Hier war doch noch so. Genau, da hinten ist noch ein Hund. Komm. Easy. Sechs Blutfiolen. Oh, wir haben es jetzt Maximum. Nice, sehr gut. Freut mich. Können wir jetzt auf jeden Fall mal hin und wieder eine verwenden. Oh fuck you! Lauf, wir kämpfen jetzt nicht. Wo kommt der hin? Geh zu deiner Tür, mach die auf. Der kommt aber nicht hier hoch, oder? Doch, der kommt hier hoch. Tschüss. Hier gibt's was. Blutscherbe. Blutsteinscherbe, oder was da jetzt stande. Hier gibt's nichts. Da vorne sind aber die Wölfe. Ich hab gehört, dass die schon ganz schön hartnäckig sein sollen. Deswegen verpissen wir uns hier direkt wieder nach links. Aber irgendwo bei den Wölfen, hab ich gelesen, soll's eine Rüstung geben. Giesel. Hier ist auf jeden Fall der Love Parade Platz. Vielleicht können wir irgendwo eine Leiter runterlassen. Was mach ich mit den Blutsteinscherben? Kann ich da quasi meinen Energiebalken verlängern? Das würde jetzt, zumindest würde ich mir das so ableiten. Ich bin mir noch nicht im Klaren, was ich überhaupt vor Gegenstände schon eingesammelt habe. Blutsteinscherbe. Sollte ich hier lang gehen? Da gibt's eine Treppe. Komme ich da auch anders hin? Nee. Aber wo ist denn der Dicke hin? Der hat's schon wieder verpisst, ne? Hat der Schiss gehabt hier von mir? Kann ich verstehen. Soll ich... Oh fuck, oh fuck. Hinweis. Verburgene Fahrt voraus. Na, den haben wir ja grad schon gesehen. Aber... Soll ich da echt nach unten gehen? Wie war'n das Springen? Woop. Oh fuck, okay. Hat geklappt. Ich dachte, ich müsste springen. Aber Runde fallen hat gereicht. Hier geht's aber auf jeden Fall noch ein Stück weiter Runde. Wir gucken aber erstmal nach hier oben. Und was bringt der Weg? Achso, kann ich jetzt hier lang? Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir da rauskommen, wenn wir nach unten gehen. Ja. Da unten ist auf jeden Fall ein Besucher. Okay, wie komm' ich denn an die Leiter ran da? Ich hab' Schaden bekommen. Willst du mich veralbern? Was ist denn das für einer? Was hat'n... Der hat ne... Ne Zweimann-Säge. Wie komm' ich denn an die Leiter ran? Kann ich da einfach dranspringen? Oh fuck. Okay. Ohne Schaden. GG. Alles geplant. Was machen wir jetzt hier unten? Soll ich mal gegen so einen kämpfen? Ja, oder? Eigentlich schon. Oh fuck. Weiß er, dass ich da bin oder weiß er's nicht? Nein, 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 nein! Das war ich. Das war mein Schlag. Okay, wir nehmen ne Fiole. Wir haben genug davon. Get down. Leg dich hin. Ja, direkt die Fiole zurückbekommen. Sehr nice. Erinnerst du dich an Blutsteinen? Ne, erinner ich mich ehrlich gesagt nicht. So, in den Suff, denk' ich mal, müssen wir nicht runter. Ach du Scheiße, was denn das? Ne Ratte? Hallo Tami! Willkommen! Willkommen, willkommen! Da geht's auf jeden Fall runter über die Leiter. Ja, wir müssen uns ja... Oh fuck! Nicht mit allen anlegen! Oh fuck! Da kommt der Nächste, da kommt der... Tschüss Leute! Oh fuck you! Lauf! Oh shit, da kommt... Oh, der ist schneller! Wie er Gas gibt hinter mir. Oh scheiße, ich hol den anderen grad ein. Lass mich mal durch, lass mich mal durch! Du Schweinehund! Lass mich durch! Nein! What? What? Lauf! Ich muss mich mal kurz heilen hier. Ja, jetzt kommen wieder beide. Und wir rennen nochmal im Kreis. Die kommen beide, die Schweinehunde. Okay, der eine hat locker gelassen. Oh fuck! Tschüss! Oh shit, jetzt sind wir hier unten bei den Ratten! Oh shit, wo geht's hier lang? Gar nicht! Oh shit! What the fuck? Wo kommt er her? Wo waren wir jetzt bitte? Alter Schwede! Wo waren wir? Ja, ich hätte mich denen wahrscheinlich stellen sollen. Aber... Zwei so kackstarke Gegner? Aber ich habe auch gerade ehrlich gesagt gar kein Ziel vor Augen. Wo muss ich denn hin? Was ist denn überhaupt mein Ziel? Ich irre umher, finde Wege und lauf die halt. Aber wirklich jetzt... Einen Plan habe ich nicht. Ja, auf jeden Fall sehr lustig das Spiel. Aber bisher gefällt mir der Schwierigkeitsgrad ganz gut. Also... Es ist auf jeden Fall eine ganz harte Nummer, aber... Es ist immer noch machbar. Man muss sich halt nur konzentrieren. Ich nehme alles mit, ja. Hä? Diese... Blutechos? Heißt das Blutechos, ne? Die kann ich doch zum Leveln verwenden, oder? Und jetzt habe ich ja quasi alle verloren! Und ich müsste jetzt wieder da hinlaufen, um die mir zurückzuholen. Okay, das war nicht gut. Oh fuck! Ich antworte mit Schlägen zurück. Ist jetzt hier wieder, ja. Ist jetzt hier wieder die komplette Love Parade unterwegs. Ich muss auf jeden Fall irgendwo meinen Shortcut irgendwie freischalten, weil... Das sind jetzt gerade irgendwie unnötig lange Wege, besonders hier an diesen Spastis vorbei. Okay. 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 Wird schon wieder geschossen. Wird schon wieder geschossen. Witter in der Ecke! Hinter der! Du hässlicher Spasti, Mann! Der geht mir mal richtig auf den Sack, ja. Kommt schon! Wir gehen hier hoch. Oh! Dankeschön! Ich sollte auf jeden Fall mal ein bisschen mehr ballern. Ah ja, hier war der. Oh fuck! Schon wieder der hinter der Treppe. Der überrascht mich immer wieder. Das Schwein. Ob ich jetzt einfach mal durchrenne, weil jetzt nochmal diese ganzen Typen nach und nach vornehmen, ist ja irgendwie dann auch uncool, oder? Wieso kann ich dieses scheiß Tor da... Wenn ich das hätte öffnen können, dann hätte ich jetzt so einen schönen Shortcut. Das muss irgendwie aufgehen. Lol. Kein getroffen, ist klar. Kommt jetzt! Okay, da kommt er. Boah, alter mit deiner hässlichen Fackel, du Hoden. Da heilen wir uns mal. Wir haben ja genug. Und der hat schon wieder eine gedroppt, oder? Ja. Ne, Molotow Cocktail. Na, ist auch okay. Hey, diese Feuerkacke immer, ihr Bastarde. Da klopft der Dicke wieder an die Tür. Und da ist wieder die ganze Laugh Parade. Aber wir könnten die eigentlich umlaufen. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir geben jetzt einfach mal Gas und umlaufen die, weil... Oh, fuck. Boah, Doppelangriff. Das war nicht geplant, Kollege. Oh, fuck. Laufen! Lauf, Schlampe! Lauf! Oh, hier ist ein Gegenstand. Oh, fuck. Besuch! Wie er zurückgeht, oder? Ich will zurück zur Laugh Parade Party. Den verfolge ich nicht. Das ist voll uncool. Und da haben wir wieder eine Blutsteinscherbe. Aber wir sind ja gar nicht so weit weg von unseren Echos. Aber da müssten wir ja runter zu diesen Ratten. Ah, jetzt sind wieder diese hässlichen Krähen dort. Auf die habe ich auch keinen Bock. Ich will jetzt erstmal gucken, ob ich irgendwie das Tor öffnen kann. Oder ist hier unten ein Schalter? Habe ich hier irgendwas übersehen? Da ist hier auf jeden Fall der Dicke. Klopf, klopf! So. Da oben kommt jetzt auch gleich wieder dieses ganze Todessquat. Irgendwie muss da das Tor hier aufgehen, oder? Als Shortcut. Wie mache ich das auf? Na gut, wir machen ja erstmal wieder die da oben weg. Klopf, klopf! Jetzt klopfen wir mal an hier. Wo ist denn eure Herrschen? Oh fuck, da kam er ja schon. Och du Scheiße! Okay, wir müssen mal kurz laufen. Äh, tschüss! Kommt mal. Oh fuck it. Okay. Zwei, drei. Na toll. Oh, der Dicke kommt, der Dicke kommt. Ich habe ihn gesehen aus dem Augenwinkel. Oder? Da kommt doch die Treppe hoch. Was ist denn das hier für ein Lärm? Das kann ja nicht sein. So, und wir nehmen das mit. Blutviole, okay. Aber jetzt kommt man zu den Gegenständen. Wenn der hier oben lang läuft. Vielleicht können wir sogar das Tor öffnen. Eine Fackel. Kriegen wir das Tor auf? Nein. Man müsste doch eigentlich nur diesen Bolzen herziehen, oder? Das ist das Do Evil Squad. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir aber quasi hinter dem Dicken hinterher. Und der Scharfschütze ist auch noch da oben. Kriegen wir das Tor irgendwie auf? Ne. Verschlossen. Da waren wir glaube ich schon mal dran. Da ist der Dicke. Da ist der Schütze. Da ist der Dicke. Da ist der Schütze. Aber wenn der Dicke da oben steht, ist das natürlich ein Problem, weil ich muss den anderen erstmal pullen irgendwie. Oh fuck, der hat uns gesehen. Okay. It's time to go. Ohne Spawnpunkt will ich echt nicht gegen diesen Dicken da kämpfen. Das kann einfach nichts werden. Leckt meine Aufnahme am PC? Bin grad nicht so sicher. Beim nächsten Mal sterben werde ich ganz kurz die Aufnahme stoppen und dann wieder starten. Aber das ist jetzt erstmal egal. Für einen Stream ist auf jeden Fall egal. Weg mit dir. Das ist schon verlockend, dass der da grad so steht. Ach komm. Let's give it a try. Nein. Woah. Komm Nemesis. Woah. Ah, der ist gar nicht so stark wie der Typ mit der Axt. Wie er ausrastet ja. Entspann dich mal mein Freund. Kuckuck. Kuckuck. Andere Seite. Andere Seite. Oh shit. Rast nicht so aus mein Freund. Oh jetzt, jetzt, jetzt. Ja, okay. Der war jetzt nicht das Problem. Trotzdem habe ich Respekt davor. Eine Blutviole. Dankeschön. Und weg. In der Ecke mit dir. Zack. Zu deinem Kumpel. Jetzt sind wir wieder hier oben. Was frisst denn du vom merkwürdige Schokolade, Robbe? Was war das eine mit Taco und jetzt mit Fischgeschmack? Ist das jetzt hier Selbstgeiselung? Willst du dich für irgendwas bestrafen? Ich bin ehrlich gesagt versucht einfach mal an diesen Wölfen vorbeizusprinten. War hier hinten? Ist hier hinten irgendwas? Da geht's nicht lang. Wobei wir gehen jetzt erstmal noch unseren bisher bekannten Weg hier runter. Wobei wir können auch nach rechts. Wo kommen wir denn hier raus? Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Shortcut oder einen Spawnpunkt. Hä? Ach das ist da wo wir gerade hochgerannt sind. Bin ich irgendwie geistig behindert? Tut mir leid für diesen kurzen Umweg. Wir sind gleich wieder für sie da. Und zwar jetzt. Kann man hier irgendwo eine Leiter runterlassen? Das wäre so ein geiler Shortcut wenn wir jetzt hier irgendwo eine Leiter hätten. Aber die gibt es nicht. Wir kommen ja quasi nur hier rein. Wobei die Nachricht sagt uns ja dass das hier ein Geheimweg ist. Wenn das ein Geheimweg ist ist das ja logischerweise nicht der übliche Weg den wir nehmen sollen. Was bedeuten würde es gibt noch einen normalen Weg. Der dann aber wahrscheinlich da oben bei den Wölfen entlang ist. In der Tschechei Schokolade kaufen wenn man hungrig ist. Blumenkohl Geschmack. Teste das mal aus. Das ist bestimmt hammer lecker. So da haben wir so zwei Wölfe. Die sollen aber kack schwer sein. Hab ich gehört. Ja wir nehmen noch mal kurz hier unseren Weg nach unten. Und gucken da mal weiter. Da ist auf jeden Fall wieder so ein Kumpel. Aber hier ist doch extrem wenig Platz zum Kämpfen ne. Das ist auch eine echt uncoole Sache. Da sind zwei auf der Seite. Hier ist nur einer. Also gehen wir rechts. Da unten liegen meine Blutechos. Und da sind noch gar nicht so viele Ratten in der Nähe. Vielleicht können wir uns die sogar holen. Aber erstmal muss der hier auf der rechten oder? Gehen wir jetzt? Wo gehen wir lang? Was machen wir? Machen wir den jetzt platt? Und gehen dann unsere Echos holen? Außen Augen verloren! Weg! Okay. Kommt hier noch einer von euch? Nein. Leiche durchsuchen. Haben wir schon genug. Riskieren wir das jetzt? Holen die kurz ein Rennen wieder hoch? Eigentlich schon oder? Das sind aber ganz schön viele. Da sind zwei. Da ist eine direkt neben uns. Also wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Aber ich will die auf jeden Fall haben. Oh fuck! Okay wir gehen wieder hoch. Schade. Drauf geschissen auf die... Überheilen uns mal kurz. Drauf geschissen auf die... Blutechos. Aber was ist denn das jetzt hier für ein Weg? Ach wir müssen nach unten oder? Kann das sein? Kann aber auch auf den Stamm da fallen. Wir haben Besuch. Der hat uns aus den Augen verloren, ist klar. Ach das war's schon. Okay. Get down son. Get down. On the ground. Motherfucker. So. Gibt es hier noch irgendwie geilen Schatz? Wir müssen nach da unten. Warte mal. Wir probieren jetzt mal... Sneaky sneaky. Okay. Unsere Blutechos... sind weg. Dickes Kaltblut. Wo liegen jetzt unsere Echos gerade? Die waren doch hier irgendwo vor uns. Oh fuck. Achso. Ich dachte das wäre noch ein Gegner. Okay. Die halten nicht viel aus. Die halten nicht viel aus. Wo sind meine Echos? Ihr Schweinehunde. Wo habt ihr sie gelassen? Was ist denn das? Eine Superratte oder was? Fuck. Aha. Der hat die eingesammelt. Jetzt haben wir alles wieder perfekt. Jetzt sind wir wieder on the run. Nice. Oh hallo. Oh shit. Nein. Shit. Digga. Alter. Das musste nicht sein mein Freund. Huh. So. Was hast du hier für uns liegen lassen? Oh. Nice. Komplett neue Rüstung. Das Blaue ist denke ich mal das was steigt. Das Rote ist das was sinkt. Also eigentlich nur Giftschaden ist schlechter. Ansonsten steigt alles. Aber ganz schön steigt das. Okay. Angezogen. Ja. Okay. Die Rüstung ist auf jeden Fall gegen Gift nicht so. Der Burner. Aber ansonsten steigert die einfach mal alles. Aber immens. Ja. Badass oder? So sehen wir jetzt aus. Richtig geil. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.